Was wir wollen, ist ein echter Neustart. Ganz frisch und rein. Der Laden soll ein Publikumsmagnet werden. Wir haben hier alle Eckdaten zusammengefasst. Wir brauchen mehr Geld. Haltet endlich dieses Ding ab! Wie haltet ihr das aus? Stört mich nicht. Das ist ein Facelift, keine Entkernung. Bear, es ist irgendwie beides. Wir brauchen sechs Monate bis zu eröffnen. Sechs Monate? Und das ist... Was, ambitioniert? Überheblich. Verrückt! Immer noch das Chaos-Menü? Ja, Chaos-Menü, aber durchdacht. Oh, eklig. Wir brauchen ein Reset. Ich versuche positiv an die Sache ranzugehen. Die Zeit läuft. Wir schicken euch beide auf eine Kochschule. Ich sehe hier nur noch lauter Sydneys. Schau ihm nicht in die Augen. Am besten wären fünf Tage die Woche. Ja, ich kann nur freitags nicht. Samstags auch nicht. Wann spreche ich mit dem Küchenchef? Das tun sie. Oh. Schimmel! Jetzt flipp nicht gleich aus im Ruf nach... Ah, Mom! Na los, Ruf, Mom! Mom! Sie kann dich nicht hören. Mom! Was ist denn, Schätzchen? Ich bin der Supervisor. Supervisor von was? I need a chance, a second chance, a third chance, a third chance, a fourth chance of what I said. Du schaffst das, Baby. Ja, Chef. Echo! Wie geht's dir denn so, Bersada? Ich eröffne ein Restaurant. Wir müssen hart arbeiten. Und alles im Blick haben. Und den Namen, den liebe ich immer noch. Den kannst du doch gar nicht wissen. Natürlich weiß ich den Namen. Wir haben niemandem den Namen gesagt. Du hast ihn mir hundertprozentig gesagt. Ich kann nicht fassen, dass du den noch weißt. Da steht Original Birth. Ja, das war ein Fehldruck. Ist ein Sammlerstück. Ich bin der